Haben wir eine freie Presse? Schon vor über 130 Jahren äußerte sich der damalige Redaktionschef der New York Times, John Swinton, zu dem Thema freie Presse. Im Jahr 1880 sagte er, Es gibt hier und heute in Amerika nichts, was man als unabhängige Presse bezeichnen könnte. Sie wissen das, und ich weiß das. Es gibt keinen unter Ihnen, der es wagt, seine ehrliche Meinung zu schreiben. Und wenn sie sie schreiben, wüssten sie im Voraus, dass sie niemals gedruckt würde. Ich werde wöchentlich dafür bezahlt, meine ehrliche Überzeugung aus der Zeitung, der ich verbunden bin, herauszuhalten. Würde ich mir erlauben, meine ehrliche Meinung in einer Ausgabe meiner Zeitung erscheinen zu lassen, würden keine 24 Stunden vergehen und ich wäre meine Stelle los. Das Geschäft von Journalisten ist es, die Wahrheit zu zerstören, frei heraus zu lügen, zu verfälschen, zu Füßen des Mammons zu kriechen und unser Land und seine Menschen fürs tägliche Brot zu verkaufen. Wir sind die Werkzeuge und Vasallen reicher Leute hinter der Szene. Wir sind die Marionetten. Sie ziehen die Schnüre und wir tanzen. Da wir heute meistens vergeblich auf eine ehrliche Meinung bzw. unsensierte Berichterstattung der großen Medien warten, hat sich daran offensichtlich immer noch nichts geändert. Doch gibt es in unserer heutigen Zeit unabhängige Medien wie Klagemauer TV, die eine unsensierte Berichterstattung ermöglichen und man sich damit seine eigene, unabhängige Meinung bilden kann.